Wie kommen Frauenthemen in die EU? Ich betrachte es einmal aus unserer reinen SPÖ-Perspektive, da ja mit Evelyn Regner, einer starken Frau, die Arbeitnehmerinnen, sage ich jetzt einmal, ganz vehement vertreten ist. Die Problematik im Parlament generell, hast du angesprochen, ist eine Frage der Zusammensetzung des Parlaments. Wir haben bei den linken Gruppierungen im Parlament einen wesentlich höheren Frauenanteil als bei den rechten und bei den extremen und nicht integrierten ist im Prinzip der Frauenanteil fast null. Und das macht es aber doppelt schwer, sage ich jetzt einmal. Vielen Dank. Danke schön. Danke. 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 Danke.